Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat uns in einer bewegenden Rede die Schrecken des Krieges in Osteuropa vor Augen geführt. Schmerz und Scham verschwinden nicht, sagt er. Auch bei dem Fernsehjournalisten und Musiker Reinhold Beckmann sind die Wunden des Krieges nicht verheilt. Seine Mutter wuchs mit vier Brüdern auf. Alle vier starben im Zweiten Weltkrieg. Ihnen und seiner Mutter Aene widmet Beckmann dieses musikalische Denkmal. Untertitelung des ZDF, 2020 Sie warten Tränen, jeden Tag und jedes Jahr. Das Bild ist geblieben, genauso wie es war. Sie haben ihr Bündel mitgenommen, ein letztes Lachen im Gesicht. Nur für dich, kleine Schwester, zurückgekommen sind sie nicht. Sie haben deine Brüder, jeder ein Teil von dir. Du, du sahst sie nie mehr wieder, wir sind jenseits von ihr. Längst vorbei, ein Leben her, keiner reicht ihm mehr die Hand. So, als ob es gestern wär, als der Mond am Himmel starrt. Du hast deinen Atemangang, als der erste Brief im Kasten lag. Du hast deinen Atemangang, als die nächste Nachricht kam. Du hast den Atemangang, als das dritte Leben war vorbei. Du hast den Atemangangang, als das dritte Leben war. Du hast den Atemangang, als das dritte Leben war. Du hast den Atemangang, als das dritte Leben war. Und das dritte Leben war. Und das dritte Leben war. Du hast den Atemangang, als das dritte Leben war. Du hast den Atemangang, als das dritte Leben war. Du hast den Atemangang, als das dritte Leben war. Du hast den Atemangang, als das dritte Leben war. Und das dritte Leben war. Du hast den Atemangang, als das dritte Leben war. Du hast den Atemangang, als das dritte Leben war. Du hast den Atemangang, als das dritte Leben war.